Piraten gesichtet auf Kaperfahrt in Nordrhein-Westfalen. Hier sind die vier Top-Piraten für die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Wir machen uns stark für mehr Freiheit, nicht nur im Internet. Wir wollen keine Vorratsdatenspeicherung und keinen Überwachungsstaat. Wir stehen für mehr Transparenz und mehr Mitbestimmung in der Politik. Wir fördern das nicht nur für uns Piraten, sondern für alle Bürger. Für euch machen wir uns stark. Wir sind klar zum Ändern. Am 13. Mai die Piratenpartei. Bis zum nächsten Mal, euer Pirat Raffnix.